Schau mal, wenn wir jetzt noch mal Sleps und Beans durchspielen, nochmal. Ich hab schon wieder vergessen, was was ist. Wo wir sind? Ah ja, stimmt. Ah, nicht schlecht, aber was hauen. Ja, ich hab schon wieder vergessen. Ja, ich hab schon wieder vergessen. Oh, 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 oh. UNTERTITELUNG Oh 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 So kann man die auch rumbringen I'm gonna go find me a new farm far away Oh 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 Oh, mein Gott! Open the gate! Open the gate! Over there! Come get some water! I don't... Oh, my... Oh, my... Oh, my... I'm going to go to a Werfen. Oh! Ah ja, Zombie. Er spielt Avenger, wir müssen ihn töten. Oh my... Das war's für heute. Der hat viel zu viel Leistung. Dafür viel zu wenig Traktion. Oh, man fährt in die Richtung, in die man guckt, oder? Äh, schlimmer. Ich komme nämlich gerade nicht weg. Das war's für heute. Ja. Oh, ich hab einen aufgespießt. Oh, ich hab einen aufgespiegelt. 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 Mensch, ich hab einen aufgespiegelt. Oh! Schlafschütze, bei dir. Schlafschütze, bei dir. Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh mein Gott. Wenn man die übernommen hat, kann man die MG sogar nehmen. Oh mein Gott. Warum sind Guam und Hawaii nicht mehr anerkannt? Brains, Brains, Brains. Was ist das, wasst du? Die 3, 2, 1, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 15, 15, 16, 16, 16, 16, 17, 18, 19, 20, 20. Oh, das ist auch direkt auf. Ah! Oh, 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 oh. Wenn wir das durchhauen, können wir mal wieder Dead Rising of the Record spielen. Au. Aber auch immer wieder. Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! It can't be stopped! You! Oh, oh! Oh! Oh, ich habe einen Segentyp hinter mir gespawnt. Oh, ich habe einen Segen. 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 Das war's, was mir genug ist, um zu versuchen, Nitrotolgene zu schnauern, um dich zu zurück in Moskau zu schnauern. Nicht nur versuchen, zu fliegen. Nein, niemand wird von Otis Monday entfernt, nicht sogar... Du! Hey da, Mann. Wir haben jetzt etwas zur Jack-Story. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Ah, der Stau da am Level. Das kann ich mich noch erinnern. Den Wissenschaftlern drin. Ja, der Stau die Antibakterien in der Basin der Stauber und aktiviere die Agitator, um zu erinnern, dass die Wasserstoffe nicht verletzt wird. Wenn du so interessiert bist, warum nicht du versuchen, die Wasserstoffe nicht zu erinnern? Schuss! Willkommen to Punchbowl Dam, where our motto is... Dammit! Dammit! We don't drink water, it's part of the program. Yeah, but why? Probably because this is where you would like to congregate, and if they need us, they know where to find us. I think. Goal! Find me! Assault me! Damgadzooks! Ow, ow, ow! Take that out, dammit! Take that out! I'm bringing you in! Stop anything! Sit down! I've stabbed you and... I've seen that in a time. Refuse this! No! Vibraaaain! I can't fix anything... ...or anybody! Ich habe denjenigen, etwas! Was ist hier drin? Was ist denn? Für mich! Help! Halt! Hilfe! 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Da! More! Refuse this! There's something inside my brain! Open fire! Here's something! It's chewing my brain! A mother! Untertitelung des ZDF, 2020 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 10% Unacceptable Filth Level Ah, unsere Zombies springen alle ins Wasser. Au! Contamination Level at 75%. Total Pollution imminent. Contamination Level critical. Toxin Detection System overload. . My arm! My goddammit! Who needs a gun? What can I do with this? All of my strength! I'm not! 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 There's something inside my grave! What the hell would you do? I'm not! Not like this! Take that! paying attention. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Das liegt an dir. Aber übrigens noch mal den Fahrstuhl. Nein! 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 Da ist etwas drin in meinem Kopf! Mein schönes Kopf! Nein! 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 Okay. Das ist ein guter Wurf. 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 Doch. Genau. Genau so funktioniert Strom. Das ist ein guter Wurf. 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 Nein, nein, nein! Oh, das war auch. Oh, das war auch. Ah. Ah. Not my brain! My friends at the hospital, now you shall have a taste of my rage! Nein, nein! Nein! Das bin nur ich. Oh. Wer hat dich gerade geschossen? Oh, er kommt. Das ist doch kein Barsch. Hoppy. Guck es hoch, ich bleib hier unten. Wo sind die anderen, Decker musst du alle übernehmen. Oh hier unten ist auch noch einer, help jetzt. Oh hier unten ist auch noch einer, help jetzt. Ja. Das ist sicherer. Oder nicht sicherer. Je nachdem. Gibt es auch wieder aus? Nein! 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 Oder muss man das eine gewisse Weile einfach halten? Oder wird immer der Stauner wieder eingepretzelt? Ah ja. Das ist aber da, wo ich gerade war. Das ist Chuck Chumley von der Bluntbowl-Aktionierung. Das ist eine Geschichte von der Bluntbowl-Damm, wo der Zombie, der Terrorisierte die Stadt, ist verabschiedet worden. Unsere Reporter, Jimmy Nesbitt, ist jetzt auf der Szene und live auf Telefon. Jimmy. Oh Gott, helf mich! Ich will nicht sterben! Hilfe! Wir sehen uns, dass wir ein paar Interferen haben. Ich bin sicher, dass Jimmy bald wieder zurück wird. Mit seinem vollen Report. Das war es. Hutsch-Bowl-Aktion-News. Ihre Sorte für die News, wie es passiert ist, hat ein Report von einer 200-Foot-Kollung von Pupressen-Modern, und ein Fortschritt. Das ist Chuck Chumley von der Blunt. Was hat mir gleich gelegt, dass wir an die Stadt von der Blunt wieder zurückkehren müssen. Das ist ein Kampf für ein Blunt. Das ist ein ZDF-Kollung. Das ist ein Kampf für die Schönheit. Das ist ein Kampf für die Menschen, wie es geschockt, die Erweilung ist. Das war die Liste, und es ist besser, dass wir alle auf die Stadt verlassen können. bis zum nächsten Mal nachher kommen. Was für die Damage? Andrew, wie kannst du das beschäftigen, wenn die Leute sterben? Sie sind nicht mehr, Sie sind nicht mehr! Anyway, Leute, es ist sicherlich schwer, ich will es nicht sagen. Aber Punchbowl wird über diese kleinen Kalamitzen. Ich wünsche euch alle, um sich zu calmen, um zu spüren und zu spüren, um zu spüren, und zu spüren, Punchbowl. Alles wird gut sein. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Hier geht es glaube ich nicht lang. Oh. 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 Was ist das? 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 Es ist das? Oh, 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 oh. Even I wouldn't do that. Oh, Comet, you have no right to take that. Oh, 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 oh. Beech. Oh, my flame. Bell-fisted, not like this. No, oh, I mean this. I need that arm. Oh. Das war's für heute. 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 war's für heute. Das 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 war's für heute.